Ich denke, sein Ausreißen ist zum einen mit dem Druck zu Hause zu erklären, aber auch mit seinem Freiheitsdrang und mit seiner Abenteuerlust. Er ist bis dahin nicht straffällig geworden, sondern wie gesagt lediglich ausgerissen. Meiner Einschätzung nach hat die Arbeit ihn in Saarlouis doch sehr verändert. Es blieb mir auch nicht verborgen, dass seine Chefin eine starke Mentorin für ihn ist, die ihn genau...